Was ist die 5 Erfolgsfaktoren für Nachhaltigkeit? Das ökonomische Entwicklungsmodell des mittelamerikanischen Landes ist vom Gedanken nachhaltiger Entwicklung durchdrungen. Erfolgreiche Politikansätze in Bereichen wie der Bildungspolitik, der Energieversorgung, dem Naturschutz und der Wirtschaftsförderung versuchen bewusst, die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. In Bhutan ist Nachhaltigkeit als Staatsziel in der Verfassung festgeschrieben. Vier Prinzipien bestimmen dort das Fortschrittsverständnis. Eine nachhaltige und ausgewogene sozioökonomische Entwicklung, der Schutz der natürlichen Ressourcen und der kulturellen Grundlage des Landes, sowie die Entwicklung und Stärkung guter Regierungsführung. Diese Prinzipien sind in Bhutan die Grundlage aller politischen Entscheidungen. Und die Bevölkerung wird befragt, wie sie die Performance der Politik mit Blick auf das Leitbild bewertet. Die Region Tasmanien zeigt, dass auch unterhalb der Ebene des Nationalstaates die Entwicklung gesellschaftlicher Leitbilder möglich ist. In einem umfassenden Bürgerdialog wurde ein Leitbild erarbeitet, an dem seither Gesetzgeber, Regierung und Entscheider aus der Wirtschaft und Gesellschaft gemessen werden. Costa Rica, Bhutan und Tasmanien sind nur drei Beispiele für die Notwendigkeit eines Leitbilds im Sinne der Nachhaltigkeit. Doch was macht ein erfolgreiches Leitbild aus? Doch was macht einiges Leitbild aus? Vielen Dank.